Alle, die das sich amüsieren wollen, hier gibt es nichts zu meckern. Kein Schafs-Alarm. Kein Schaf-Alarm. Ich fahre ganz entspannt, wie immer. Ja, du hast ja vorher geflucht, das weiß ja der Zuschauer nicht. Genau, ich habe vorher nur ganz sachlich meine eventuelle Meinung gesagt, wie das hier ausgehen könnte. Genau, und da oben sind Kühe, vielleicht haben wir gleich noch Kuh-Alarm. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wo sind diese Viecher hier auf der Fahrbahn? Oder Atenzje Urs auf der Straße. Den fahren wir über und dann können wir den nachträglich vielleicht noch essen. Den Bär? Ja, klar, der macht Schlattner zu Recht da, die Haushälterin. Achso, die meinst du hier, gibt es Bärenbraten heute Mittag? Ja, was wir sowieso uns noch vornehmen. Wir essen Bären noch in Brasov. Ja, wenn dann lokal finden, die das anbieten. Speziell für Manfred, wir essen Bäre. Nicht Bäre, Bär. Urs auf Rumänisch. Urs. Ursus, genau. Trinken Ursus. Wei, Demine, ist das eine Straße hier. Da ist eine verehrte Kuh. Ja, die kannst du gleich. Du brauchst, du hast doch noch keine Milch getrunken heute. Kannst du gleich absapfen. Mensch, hast recht. Stimmt. Ja, guck, da steht sie. Nicht mal angekettet. Stimmt, hier kriegen wir gar keine Milch. Keinen Joghurt. Ja, weil wir das ja handgemacht haben. Also das Frühstück war einwandfrei im Hotel. Nur eine Frage, ob ich mal so ein Glas Milch noch ein bisschen Joghurt oder was mache. Ja gut, die Israelis am Nachbartisch, die haben wir auch verlangt, haben wir auch gekriegt. Ja, ja. Das hast du jetzt erst. Jetzt, wo wir hier Kilometer und Stunden vom Frühstück entfernt sind. Ich sterbe hier an Knochenzerfall hier, nur weil du nicht da gleich das mir hättest sagen können. Bin ich dein Kindermädchen oder bist du ein 60-jähriger erwachsener deutscher Bundesbeamter? Ja, bist du sozusagen ein Kindermädchen in dem Sinne. Oh je. Das muss ich auch auf die Rechnung draufknallen. Stunde 120 Euro plus Mehrwertsteuer. Ich nehme an, du hast die Kamera schon lange aus. Nee. Was? Nein. Hier wird gar nichts gelöscht. Nix ist, nix ist, entfällt wegen ist nicht.